Waffen werden benötigt, Sire. Sollen wir jemanden schlagen? Wo ist der Kampf? Bereit, Sire! Eure Hoheit! Dann wird er die Heiler zurück. Bewegung! Ziehen los! Lasst uns nur in die Schlacht. Vorwärts! Auf die Plätze! Prüft die Waffen! Ah, das sehen die wieder nicht. Prüft die Waffen! So. Das hat mir jetzt natürlich etwas gekostet. Aber was soll's. Tarsch, gehen wir jetzt, äh, bereit. Wie viel Gold hab ich? Sire! Marsch! Kampfbereit! Ziehen los! Rekruten werden benötigt, Sire. Macht den Streitkolben, Kämpfern! Wir verschwenden unsere Zeit! Oh, ihr verschwenden nicht eure Zeit. Lauft vor, lauft vor, lauft vor. So, was haben wir denn hier noch? Oh, das... Sind bereit, vorwärts! Das sind nur wie viel, 60? Das sind nur 60, okay. Bereit, Sire! Ja? Wir werden angegriffen. Waffen werden benötigt, Sire. Bauern werden benötigt, Sire. Na los doch! Macht den Streitkolben, Kämpfern! Sind unterwegs! Ganz langsam gehen wir jetzt vorwärts. Dann beseitigen wir hier alles. Okay. Die Heiler, bitte hinten bleiben. Oh, wieso sehen die den nicht? Eine Nachricht von Richard. Damont, die Zinnen! Lasst euch nicht unterkriegen! Auch wenn der Feind stark ist! Wieso sieht der den nicht? Wie lautet der Plan? Ach, was ist die Minuten gerade? so haben wir den paar da schon mal beseitigt vorratslager ganz ehrlich das ist so schwierig anzuklicken keine große reichweite ist mir aufgefallen das ist das problem das schwede stehen zur verfügung bis hierhin könnt ihr okay ich glaube das nicht wie weit die wie weit die schlagen können es ist brutal diese ballisten die 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 ring ich zur verzweiflung die bringe mich wirklich zur verzweiflung die bringen mich echt zur verzweiflung die bringen mich wirklich zur verzweiflung aber sonst hat er nicht nur zwei drei zwei ballisten drauf ich denke schnell ich kann den kornspeicher anvisieren okay bauern werden benötigt sei eure hoheit ich werde zu daten hat er denn 75 300 ist eigentlich funktionieren direkt wir werden angegriffen wo ist der kampf wir kommen in frieden zack zack groß angriff jetzt groß angriff jetzt groß angriff was So kann man ihn angreifen. Überraschen. Überraschend schnell. Also kriegt man jemanden auch kaputt. Okay. Jetzt hat er keine Chance mehr. Jetzt ist es vorbei. Komm, was es will. Habe ich hier immer noch ein paar Skreitkalben? Ach, da brauchen wir auch noch ein paar. Ey, die machen auch Schaden. LOL. Okay. Das ging früher nicht mit Bogengeschätze. Ey, die Jäger gefallen mir, die Jäger gefallen mir, die Jäger gefallen mir. Wir sind siegreich Seil. Boah, wie geil war das denn? Der Sinn des Lebens ist ganz einfach. Ich erklär's dir später, mein Freund. Ah, auch gut. Okay, die ist schon mal doch leichter als gedacht. Viel leichter als gedacht später. Waffen mit mehr Prozess als Richard. Okay, wir... Oh, Skand hat natürlich mehr Abgeburt. Das ist logisch Holz mehr. Aber wenn wir Nahrung haben wir auch mehr Einwohnung, dann haben wir auch deutlich mehr Gold. Auch Geburt haben wir zwölf Stuttgart. Also der Rett, den weiß ich jetzt, wie ich überrennen kann mit Jägern. Hat er keine Chance. Und diese ganzen Ballisten kann man auch mit Jägern kaputt haben. Okay, wenn man das Feuer wüsste, ist es einfach so Isolation. Wir arbeiten mit dem Schatz zusammen. Gegen den Riecher, gegen den Slavenkönig und gegen die Sutanine. Okay, wir stehen ja relativ mittig da. Das ist nicht so toll. Sollte aber trotzdem irgendwann funktionieren. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Let's play Stronghold Crusader 2.